Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Körnerfrau Weltwahrt 2 Wir sind heute mal in einem Inselstaat namens Kuba So, was ist Weltwahrt überhaupt? Das ist ein Strategiespiel, wie es hier schon steht vom 2. Weltkrieg Deswegen wird hier auch alles anzeigt wie im 2. Weltkrieg Sooo Wollen wir mal kurz gucken, 43 Einheiten haben wir, okay Oh Gott, okay Okay Ah, guck Hätte ich Mittelamerika genommen, wir wären ja schon als vergebener Stern an der Zeit Und Gehen wir in die Zeitung Okay, das Südtakota, okay Lima ist britisch Ostkolumbien, okay, okay, okay Okay Äh Das mach ich immer In einem Anfang der Runde Huch 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 Dieser ist Neue aus Texas in dieser Runde ein Neuer Huch Wer ist das? Welche Dorf Hof웠.. HAWAIIIIIIIIIIIFI Auf Kart lannz Du wien Heilige Scheiße das ist aber ganz so weit weg HAWAIIIIIII Wie viel geprüft Oh ich hab auch schäum auf Wie viel geprüft Jeuuu Ich war auch wieder eine falsche Knopf genau, genau, oh, Nachricht erhalten, perfekt, ah, Alphen das hier ok, das ist einfach mal wieder ein Bug, scheiße, so dann versuchen wir es mal so, so, 2 ausgewählt, 3 ausgewählt baum, ja, jetzt gehts gut, so Zeitung, und nein, das war der falsche Knopf, ich wollte hier auf Infanterie und einmal die was haben wir hier Zusammenarbeit gerne, so, gut, da hab ich schon mal einen Verbündeten dann machen wir mal eine Koalition, wie heißt sie denn? ja, das ist ein guter Name alle insel 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 starten für alle die den insel starten in den selts... ...daten... ...helfen... ...wollen... ...und... 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 ...diese... ...nicht... ...aus... ...beuten... ...wollen... ...in... ...roh... ...okay... ...wir arbeiten... ...neue VWR stellen... ...in rot... ...wir machen immer weiteres in rot... ...mmmmmm... ...ja... ... ...aus... ...naaaain... ... ... ... ...auf Aldi die Insel... ... ... ...in... ...SEL... ...STAT! ... 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 super so, ah er will also mehr Fronten kriegen von der Ramaphona what the fles ja wo bist du denn Carribean Islands was ist das denn Port von Spanien okay Diplomatie Carribean Islands okay so das ist glaube ich auch ein könnte ein Spielerschnitt werden auf jeden Fall gehen wir jetzt auf Armeen 13. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 3. 3. 8.